Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Robertra an. Dieser hat über LifeChangerWorld geschrieben, welches er mit 4,8 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. LifeChangerWorld – Erfahrungen und Test – Markus Luzarek LifeChangerWorld ist ein Kurs von Markus Luzarek, in dem er zeigt, wie man sich ein vollautomatisiertes Internetgeschäft aufbaut, welches 24-7 an 365 Tagen des Jahres arbeitet. Der Kurs ist perfekt für Einsteiger und Fortgeschritten geeignet. Man braucht keine technischen Vorkenntnisse, SEO-Erfahrungen oder gar ein eigenes Produkt. Welche Methode Markus Luzarek verwendet, um selbst täglich teilweise vierstellig zu verdienen, verrät er in seinem Kurs und ich kurz in diesem LifeChangerWorld Erfahrungsbericht. Über den Autoren Markus Luzarek Der gelernte Kraftzeugmechaniker stellte schnell fest, dass ihn dieser Beruf nie an das Ziel bringen würde, welches er sich vorgenommen hat. Es war weder erfüllend, noch stimmte das Gehalt. Daraufhin folgte die Ausbildung zum Bürokaufmann, was ihm leider auch nicht sein persönliches Glück brachte. Erst in seiner Tätigkeit als Förtner wurde ihm endgültig bewusst, dass er es auf dem klassischen Wege nie schaffen wird. Zeitlich und finanziell unabhängig sein. So kam er dann wie viele vor ihm auch schon zum Network Marketing. Er konnte dort zwar Geld verdienen, aber es lag ihm nicht. Dann kam das Affiliate Marketing ins Spiel, was schon näher dran ist an dem, was er heute macht. Dazu hat er Nischenseiten aufgesetzt, die allesamt verlinkt waren mit dem Amazon Partnerprogramm. Das Ganze hat er über drei Jahre so professionell aufgezogen, dass er damit mehr Geld verdient als in seinem Hauptberuf. Als seine Seite liefen, beschäftigte er sich noch mehr mit dem Internet Marketing und veröffentlichte darüber auch noch seine ersten eigenen Produkte. Hauptsächlich E-Books. Womit er heute seine Brötchen verdient, erfahrt ihr im LifeChanger World Kurs. 3 Schritte zur finanziellen Freiheit Aufbau von Ratgeber-Webseiten Seine Strategie ist es, Webseiten zu errichten, die ein ganz bestimmtes Ratgeber-Produkt verkaufen. Ratgeber bieten immer die Lösung an für ein ganz spezifisches Problem. Probleme haben alle Menschen und das Internet ist häufig die erste Anlaufstelle, wenn man nach Rat sucht. Solche Ratgeber können in den unterschiedlichsten Formen kommen. Bücher, E-Books, Videos, Kurse, Seminare und so weiter. Man muss nun wissen, welche Nische sich lohnt. Was für Probleme haben Menschen und wird danach wirklich im Internet recherchiert? Wenn es keine Zielgruppe gibt, lohnt sich eine Webseite nicht. Wenn man eine profitable Nische gefunden hat, kommt es auf die Gestaltung der Seite an. Das Informationsprodukt. Schritt 2. Der Ratgeber an sich. Hier mögen sich jetzt viele denken. Na nun, ich brauche doch ein eigenes Produkt. Ich muss doch Tag oder Wochen lang recherchieren, Informationen sammeln, zusammentragen, auswerten, umschreiben und zusammenfassen und in einem E-Book oder einem Kurs komprimieren. Nein, dafür gibt es eine einfache Lösung. White Label Informationsprodukte. Das sind beispielsweise E-Books, die schon komplett fertig geschrieben sind zu bestimmten Themen. Für diese Bücher kann man sich Lizenzrechte kaufen. Das bedeutet, dass man zum Beispiel seinen eigenen Namen als Autor einfügen kann. Man kann den Inhalt abändern, also verkürzen, verlängern und man kann es auch verkaufen. Man muss nur darauf achten, dass man wirklich dieses Verkaufsrecht hat. Es gibt auch einige White Labels, die einen weiteren Verkauf ausschließen. Als Affiliate verkauft man Produkte anderer und bekommt eine Provision basierend auf dem Verkaufspreis. Beim Verkauf von White Label Produkten kann man den Gewinn zu 100% behalten und man hat nur einmalige Kosten für die Lizenzen. Traffic. Verkaufsseite und Produkt stehen. Jetzt braucht man nur noch Besucher, Interessenten und Kunden. Dafür gibt es verschiedene Strategien. SEO spielt aber hier eine besondere Rolle. Mit einer SEO optimierten Seite erreicht man bei Google beispielsweise die besten Ränge. Wenn man sich dort einen guten Platz sichert, dann sind einem kostenlose Besucher garantiert. Man muss nur wissen, an welchen Schrauben man drehen muss, damit die Webseite als eine der ersten angezeigt wird. Life-Changer Word. Inhalt. Im Kurs wird detailliert in mehreren Videos auf diese drei oben genannten Schritte eingegangen. Das heißt, es wird sich damit beschäftigt, wie man in erster Linie eine Verkaufsseite erstellt. Welche Tools vereinfachen einem das und wie verwende ich sie? Wie schon gesagt, muss man kein Profi sein, um das für sich selbst umsetzen zu können. Vor allem dann nicht, wenn es einem hier noch Schritt für Schritt gezeigt wird. Unter anderem wird auch gezeigt, wie man einen Video Sales Letter erstellt. Damit sind im Prinzip Videos gemeint, die das Produkt darstellen und den Kunden auf den Kauf vorbereiten. Natürlich erklärt der Autor auch, wie man diese Videos mittels Player auf die Webseite einbindet, wie man einen Zahlungsanbieter einfügt und viele andere Dinge. Man muss im Hinterkopf behalten, dass dieses System, wenn es fertig ist, alleine arbeiten soll. Das heißt, Vorgänge wie die Bestellabwicklung und Zahlungsabwicklung müssen komplett automatisiert werden. Wie das genau funktioniert, wird ebenfalls in zahlreichen Videos dargestellt. Ein weiteres großes Thema ist die Suchmaschinenoptimierung, SEO, was ich eben schon angesprochen habe. Wie schreibe ich Inhalte, damit Google sie als besonders wichtig anerkennt und an erster Stelle anzeigt. Gleiches wird übrigens auch für YouTube gezeigt. Insgesamt besteht der Kurs aus 18 Modulen, die man alle nach Zeit und Laune durcharbeiten kann, in unbeständer Reihenfolge. Die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar. Meine Life-Changer-World Erfahrungen Wenn du noch nach einer Möglichkeit suchst, unkompliziert im Internet Geld zu verdienen, dann könnte Life-Changer-World die richtige Adresse sein. In einfachen Häppchen erklärt Markus Luserek alles, was man wissen muss. Die Videos folgen einem roten Faden, man kann sie sich mehrfach anhören und dort einsteigen, wo man einsteigen möchte. Man ist nicht gezwungen, eine Reihenfolge einzuhalten oder ähnliches. Was mir extrem gut gefällt ist, dass der Herr auch mal ein paar blanke Zahlen auf den Tisch legt. Wir kennen alle die vermeintlichen Gurus mit Top Verdiensten, aber wirklich sehen tut man das nicht, was einem auch nicht hilft beim Glauben. Es gibt exklusive Einblicke in seinem Account, wo man schwarz auf weiß sehen kann, dass er tatsächlich vielstellige Summen am Tag verdient. Das ist authentisch und man hat dann das Gefühl von einem echten Experten zu lernen, anstelle von jemandem, der sich vielleicht nur verkaufen kann. Er nimmt einen dabei mit, wie er selbst quasi eine Seite erstellt und man kann ihn dabei über die Schulter schauen und jeden Step und Mausklick nachvollziehen. Auf diese Art und Weise weiß man nachher selbst genau, was zu tun ist. Diverse Downloads fassen teilweise die Videos, noch in schriftlicher Form zusammen. Alles in allem ein mehr als gelungenes Produkt. Wer davon überzeugt ist, auch wirklich anzupacken, der will mit Life-Changer-World sehr richtig beraten sein. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de Wir sehen uns beim Zuschauen.